Was ist dir passiert? Ich weiß nur, dass sie meine DNA verändert haben. Aber es ist was schiefgelaufen. Wieso soll man denken, dass du tot bist? Ich hab dir schon mehr erzählt, als du wissen solltest. Du hast mir das Leben gerettet. Das erinnert mich daran, dass ich mal gewesen bin. Ein Arzt? Ein Mensch. Noch nie war das Böse so gut. Ganze Folgen und Infos zu den Serien gibt's auf SIX.de. Beauty and the Beast in Doppelfolge. Morgen ab 20.15 Uhr auf SIX.